Hey, 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 und David, hallo, wir sind schon kurz in einer Runde. Moin und Profeer 2, zusammen mit Stein und Takat im Team, gegen Ricardo, David und Gamer. Ich würde nicht vorpushen, ne? Ach, die mache ich ja nicht. Ne, ne, du nicht. Was? Steine, steine ich vor. Du hast mich durchs Fenster gesehen. Hm, hm. Woher nicht durchs Fenster geht? Ah, Gamer und so sind oben bei den Treppen. Gamer ist rechts und, ähm, David ist dann oben. Ja, da, wo dann? Gamer ist oben, Treppe rechts, bei den Sofa da. Wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, wo er ist. Er wird jetzt C-Trieb um uns schleichen. Danke. Wee! Bash Call! Ich hoffe, dass du diese Runde, äh, dass ich da, die Runde nicht frohste. Ich weiß noch nicht vorher, das hatte ich schon mal bei einem Slug, ich weiß noch nicht schon mal in der Schlag. Fuck off, das ist ein Flashbang. Hey, man muss pushen eigentlich scheiße, ne? Aber ich push die ganze Zeit. Ich weiß, aber ich verkack die ganze Zeit. Geht doch darum. Da ist er. Kann auch nicht funktionieren, jetzt legt mich im Arsch. Aufklärungsdrohne online. Beide wieder oben, äh. Gamer und David sind wieder oben. Die Runde wurde platziert! Sind die? Ja, beide gucken einfach dahin, die können nix, das war alleine. Warte mal, Tor. Alter, abwarten. So. Sag mal mit auf der Map an, wo der ist. Ich hab grad gedacht, du wärst afghan, weil du so komisch gestanden bist. Ne, ne, ich hab auch jetzt auf S, ich hab auch jetzt auf S geguckt. Warte mal, ich würde sagen, wo der ist. Der ist ja nicht. Ich hab ihn gesehen. Ich hab den voll verheben. Ja, ist er aber nicht ganz hart getroffen. Und die Teams sind auch voll fair. Ich hab ihn gesehen, ich hab den voll verheben. Ja. Warte mal, warte mal, warte mal. Es war irgend... Einmal über ein Bildschirm schießen, wir war so gut drin. Du hast gesehen, du hast... Ja, das war ein hure Aimbot, ey. Ich hab nicht genauer ausgesprochen. Der war zugefeiert zur Links, Julian. Du hast dich schon verraten, ey. Vorräte sind unterwegs. Wahrscheinlich wieder bei da oben. Oh. Ne, ist in den anderen. Fuck. Harkon ist vorm Haus. Bei B war einer. Toll. Also da, bei... bei Auto, einer Auto... Nehmen noch alle drei auf die Tür. Ja, natürlich. Pass einfach auf. Ich kann doch einfach. Oben. Bitte, der Klau. Rechts. Rot, jetzt schnell. Wir haben keine Zeit, ihr müsst... ganz langsam. Geht's hier hoch. Drin. Da, rechts ist die Treppe. Ja, ich... Da ist doch aber Julian. Ja, Juli... Du musst Julian töten, um die Bombe zu lieben. Du hast sie gesehen. Ja. Hat auch aufgefallen. Ja, zehn Sekunden noch. Da braucht fünf Sekunden, so eine Defilösung. Ja. Nein. Nein, Mann. Egal, ist egal. Was? Ja doch, schafft er noch. Ah! Eh! Tröppel! Tröppel, ja. Mann, ich hab zwei Assisten. Warum? Hä? Zum Glück, seit die beiden direkt enteinander in die Tür bekommen. Was ist wohl... Was ist wohl ein Assisten? Taka. Was? Was ist ein Assisten? Komm, ne, komm schon. Ich pack wieder. Komm, immer wenn ich bei diesem Spawn spawnen. Legs. Okay, Moment. Wir verlassen neu rein. Komm. Hm. Vielleicht nächste Runde, wenn wir mitspielen. Eintritt zur Spielsitzung. Also fünf, sechs, sieben. Achtung. Scheiße. Wow. Wo ist das denn auf der Map bei mir so... Du hast dich selbst getötet? Ja. Anscheinend. Folgt links. Dann auch genau das. Wir sind so... Können wir das weglassen. Was? Die Helis und so. Nicht Heli. Das ist ganz normal. Ja, und trotzdem. Ganz normal. Ja, wenn man halt eine Filmserie hat. Ja, wenn man halt eine Filmserie hat. Oh, ne. Dann ist meine Killserie weg. Und meine Kills. Boah, das ist scheiße. Freie Kills. Ne, hatte ich gar nicht. Warte. Bist du schon wieder ausgespauen? Ja. Ich dachte. Bin ich bei dem Spawn gespawnt? Du siehst ihn doch gerade. Hast du denn einen nicht gesehen? Pum. Anscheinend nicht. Ja. Das ist so. Ja. Oh, bitte funktioniert das jetzt. Ich bin so hochverlust. Ah, okay. Ja, das funktioniert. Im ersten Mal bin ich bei dem... Alles unten, wenn jemand immer quittet, ey. Ich kann ja nichts führen, das erste Mal bei den Sportsport krieg ich mal raus. Dann krieg ich es nicht ein. Ah ja, Garten! Hinsengarten! Schießt du, ich habe ja drauf! Ja, ich... Ja, ich schieß drauf. Nein! Ja, nachladen! Genau noch einen Schuss nachladen! Was soll die Scheiße? Ich gebe nachladen! Fuck! Boah, war das Fail. Fuck. Rastagern, ne? Der, äh, ist oben. Ne, äh, David, nur mal so, äh, da. Ja, das hat mich grad gekillt. Ah! Genau, nachdem du das... Ich dachte... Ich dachte, er hätte defused jetzt. Scheiße! Der ist doch so nice, sagen wir mal, wie schaust du. Was liegt denn alles so krass? Ja. Ey, ich sehe ja fast genauso wenig. Das stimmt. Das ist ja scheiße, was ist das? Wir suchen und zerstören. Fuck, ich leck. Hey, hey. Ich geh jetzt ab. Da hab ich... Ich weiß nicht, da steht da 0 Kills, obwohl ich 5 war. Ja, seitdem du Disconnected bist nicht ein Kills, oder? Ja, wow. Voll jetzt, ich bin letzt... Voll jetzt ohne Disconnected. Zweierfahr. Ist gut, wo der... Wo der dazu bringt. Vom Haus? Im Garten. Oh, der ist rechts! Fuck! Nein! Dankeschön! Alter! Oh, wird ich schlecht, er wird... Boah, ne, auf der... auf der... Faktor-uh- zuerst den aufmächten. Ladenach! Auf den hab ich die ganze Zeit geschaffen, ey. плöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööhmääääh Pass auf, da pusht immer einer, aber so, aufpassen. Oh! Ach da! Nein, wir wächst aus. Bin ich jetzt allein, oder? Genau genug. Der war von unserem Spawnhaus hinten links, äh hinten linken Ecken vom Bewerbster. Auf die Garten, doch. Natürlich. Ruhig die fucking Bäume, ernster... Du wirst nicht, jetzt steigen die Bombard. Hattet sie nicht. Ach komm! Ich bin jetzt mal schlecht zu der Leiche gegangen. Die wissen es doch, dass sie mit... Ach schlimm. Woher wisst ihr, dass sie mit ist? Wird ja nicht angezeigt. Wo ist der? Liegt ja einfach rum. Ah! Da. Du hast noch genug Zeit, Schild. Oh, der steht ja echt. Der hat ja auch ne fucking Drohle mit. Ja! Ja, stimmt! Hehehe! Joro! Ah Mann, aber Stein, du hättest die... Ich werde nicht zu der Leiche gegangen. Nein! Da muss er noch am fucking Auto stehen. Vielleicht? Ich will dich jetzt gar haben. Hm? Ja, das war für hier. Du bist jetzt zu meiner Leiche gegangen. Ja, das war für hier. Ich hab ja gesagt, dass Stein die Bombe hatte. Ah. Dann hat Stein gesagt, ne das stimmt nicht. Was sehr gut war. Nein, Team Mage und Fake aber wenigstens sagen, ja okay. Vielleicht denn... Die Bombe wurde platziert! Ricardo kommt! Was? 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 Was war das grad für ein Geräusch? Ich hab keine Ahnung. Müllwagen. Vielleicht habt ihr keinen Müll, aber manche Leute jagen wohl. Es hört sich das aber nicht so an. Du du du! Du du! Du, bei mir, das war von mir vor, das kreischt einfach nur. Wir haben die Bombe! Ich weiß auch noch mal durch das Mikrofon komplett gespielt. Das ist ja true. Weiter auch noch mal durch das Mikrofon komplett gespielt. Gämmers A wahrscheinlich. Der hat glaub ich mich auf mich gefossen. Wo? Mich glaub ich auch. Gämmers bei A, ähm, Carlos A. Du bist auch auf A. Jetzt durfte ich doch! Die dreckige Scheißdruck. Du bist der Letzte. Du bist der Letzte. In die Mission zu Ende. Komm mit mir. Können wir hier irgendwo in der Nähe sein. Ja. Okay. Ernst. Ich seh ihn aber nicht. Nein! Ich... Ich hasse es hinlegen. Ich hasse es. Ich kann... Ja, ich... Ich check immer nicht, dass ich da nochmal drauf tue. Oder meine Tasche, um aufzustellen. Mann. Ich hab dich... Ich... Ich hab halt geschrieben. Ich hab XY keine Ahnung was alles geschrieben. XY war's auch immer. Da steht's auch noch. Da steht's auch noch. Da sind wir noch im Chat. Ja, ich werde... XY sind C. XE. Weil ich den Scheißen nicht gekriegt hab. Ich wollte mich... Denen legen und links. Wer hat sein oder war eine? Wo ist er? Um links. Irgendwo. XE. Irgendwo. Ah, fang. Das hilft nichts gegen einen Superspieler. Der, äh... Der hatte Hit, Kurt. Der ist da, äh... Bei der Wand gewesen. Im Gewächshaus. Irgendwo. Die Calls von ihm, Mann. Calls. Von mir? Ja. Irgendwo da. Hä? Ja, da, irgendwo. Wenn's jetzt grad eh... Davor, oder? Tag an! Nein! Alter, schaut's euch an, Mann. Hä? Bist du auf dem Ernst, Tag? Tag an! Alter, doch, Penner. Weil... Ich wusste zwar, dass er vorhatte, den auf die Bummen nix lassen, damit er den Punkt kriegt, aber ich wusste nicht, wie schnell Ricardo weglaufen könnte. Deswegen dachte ich mir, weil's wär besser... Nee, jetzt nein. Warst du aufstehen? Warst du schon ein bisschen? Ja, schon, aber... Ja, doch schon, ja. Das wär trotzdem fail gewesen. Das kann nur Julian. Ich glaub, die gehen wieder weg, Gewächshaus. Die gehen nicht Richtung B. Ich guck grad. Die müssen auf jeden Fall A gehen. Ey, keiner Gewächshaus, keiner Gewächshaus, gar nichts. Weil ich glaub, ich glaub, die können gar nicht Richtung Begeben, wenn ich das sehe. Aber gar nichts. Auf B. Wart ihr nicht... Wart ihr beide nicht. Ach, Scheiße. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, vielleicht war ich gar nicht schnell genug, ne? Wir haben was dahinten in der Ecke und einer rechts. Wir haben was rechts. Jetzt. Oh, rechts in der Ecke, irgendwo. Einer ist komplett hinten. Hier sind beide, äh, am, äh, Häuschen, wo hier, ne, das Boot ist. Also am Boothäuschen. Da. Na. Äh, der liegt da links. Da links kommt er. Da. Ohne Ecke, schnell. Ja. Schaffte nicht mehr. War's echt nicht. Renn weg, renn weg, renn weg. Nein! Ich glaub, ich bin, ich bin direkt hingerannt. Ich bin direkt hingerannt. Ihr habt bei, äh, 5,4 getötet. Oder ihr habt es. Ich hab, ich hab halt gesehen, dass Stein, äh, ich hab halt gehört, dass dieser Thorne verarmt ist. Ich schau schon. Ich schau schon hier. Ich... Ja, ich hab halt gehört, dass Stein, äh... Was hab ich gerade gesagt? Die kommen nicht hier weg, so aus. Komm, B. A. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. B oder A jetzt? A. Nein! Gehen wir mal auf. Ist egal. Ich hab ne Drohne gestartet. Komm, A, die gehen A, die gehen A, die gehen B, die, 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 B, 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 B. Blech hinlaufen! Ich hab Probe. Läähla! Nein! Einer ist direkt, werd ja! Entschuldigung, die gehen weg, um den weg. Ja, nein! Ich war schon mit Flammen. Einer ist direkt bei der Bombe erplant. Sitz. Reload mal. Er ist irgendwo. Was? Ich? Er ist irgendwo! Boah, richtig geil! Kann man nicht lassen! Du hast ja vielleicht noch die Aufklärungsdrohne. Ah, ist mein Affen. Ja! Ah! Ist aber auch ungefähr wegen den Ranks und der Erfahrung. Alles klar! Ja, genau! Hehehe, da liegt der noch. Warum hab ich 10 Kills? Warum nicht? Du hast aber nicht die meisten Aufmerksamkeit. Ja, warum nicht? Ich hab 12. 10, 10! Julian! Ja, jetzt ruhig! Julian! Julian! Durch die machen, ich lege wieder! Boah! Sollen wir zum Spawn kommen und dir helfen? So, dann muss ich dir das Spiel verlassen. So, merkt nicht jetzt 12 Kills. 12 Kills. Mann! Mann! Was soll der denn? Kann jetzt nächstes mal irgendwer anders das machen? Da geht einer zu B von dem? Keine Ahnung. W- W- Hä? W- 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 Habe ich einen. Der nächste geht auch auf B. Alter. Beide auf B, beide B. Ja. Wir haben die Runde verloren, aber es ist noch nicht vorbei. Wir haben die Runde verloren, aber es ist noch nicht vorbei. Das heißt, dass die Intervention ist, Alter, Mann. Wird das Gamer 12, die das Gamer aufgeholt, wobei ich an der Runde noch nicht machen konnte. Was haben wir jetzt? Sogar zwei Runden lang. Mann, du seid doch von hinten gekommen, Mann. Sonst denke ich, das wäre wie Leonard, ey. Ja, aber Leonard, spiel dich mit. Runde erlang. Sonst wären wir schon alle gemessert worden. Wäre fast. Äh, zwei auf, zwei von A zu B. Zwei. Ganz zwei von A zu B. Bitte da. Was macht meine Katze wieder auf dem Scheiß? Was macht meine Katze wieder auf dem Scheiß? Ja. Ja, das ist halt. Ich würde auch keinen Sniper spielen können. Hey, du kannst Sniper spielen. Kann ich nicht. Klasse wählen, Scharfschürze, was? Nee, kann ich auch nicht was wählen. Ich bin echt nicht. Deswegen finde ich es auch kacke. Zwei von A zu B zu nehmen können. Bei mir war von Anfang an... Ölern kommst du mal? Wie soll ich denn kommen? Ich kann nur drei Klassen auswählen. Ich kann nur drei Klassen auswählen. Versuch jetzt einfach mal Leute zu killen in diesem Modus. Moment. Ich bin jetzt hier. Ich bin niemals rückwärts gelaufen. Einer auf B. Sohn. Okay, gerne mal auf B. Einer geht zu B. Achtung. Sieht so nach, ne? Ich hab vor zehn Stunden eingezielt. Hab einen. Warte. So. Okay, einer kommt von hinten, ne? Ja, fertig. Wie aktiviert man so Drohnen? Mit vier. Äh, mit vier. Ja, alt und der vier. Genau. Nein, mit vier einfach nur. Eine Killserie. Ohja. Gut gemacht, Team. Bereit machen für die nächste Runde. Ich würd sagen, so Waffe-Klassen wie andere nehmen können auch nicht nehmen, weil das echt unfair ist eigentlich. Wir haben halt ja auch eingekommen. Dann dürften wir gar keine Klassen geben. Wir können nur die Standard-Drei-Klassen geben. Bei mir sind die Standard-Drei-Klassen... Ihr müsst auf Level vier kommen und schon könnt ihr ihn nehmen. Ja, wir können ja nicht auflevinieren. Das sind eine halbe Stunde oder so. Ja, wir können ja nicht auflevinieren. In einer halbe Stunde das Spiel könnt ihr schon... Lasst gleich mal online Leute nerven. Ja, dann machen wir gleich mal kurz online und dann komm ich raus. Weil ihr müsst auf Level vier sein, du könntest schon eigene Klassen. Ich bin ja eben nicht so ein Sucht in dem Spiel wie ihr. Das ist eine halbe Stunde, wenn du das Spiel musst. Höchstens. Sind ja echt zwei Wadges. Ja. Also B, ne? Noch einer. Die sind blind. Ich bin Level 15 mit 8 Spielstunden. Ja. Vielleicht dauert eine halbe Stunde. Ja, eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde im Level vier zu sein, wenn du schon das zwei bist. Gut gemacht. First one. Ich habe ihn nicht so gut gespielt, wie du am Anfang. Und man nevittet im Spiel echt richtig schnell. Suche und zerstören. Geht's um, wie man spiel, kommt drauf an. Ja, also im allgemeinen nevitt man schon. Aha, klar. Ja, jetzt im Overwatch, schulde. Gute, okay. Einer geht B. Und ähm, hinten, ganz hinten. Zwei. Einer ist schon auf B drauf. Einer ist hinten. Einer ist hinten. Einer, zwei. Einer im Gewächshaus. Einer im Gewächshaus und einer auf B. Einer kommt wahrscheinlich schon von hinten, ne? Warte. Geht der rein. Oh. Gott, zwei, zwei, zwei. Ach. Ah, das war schon schadeschlecht. Achtung, Gamer lebt noch. Der war aber ja gewächshaus. Ah, scheiße. Egal. Der, der... Ah. Camp irgendwo. Ach so. Ja, wir gehen weiter. Suchen und zerstören. Mach schon nicht, mach schon nicht, mach schon nicht, mach schon... Ja. Okay. Oh. Fuck. Unten Wasser. Oh. Gepickt. Auf dem Weg nach oben. Auf dem Weg nach oben. Auf dem Weg nach oben. Von wo? Ach so da. Ich glaube irgendwo marsch. Mann, das Ding stört. Das Abzeichen stört da. Da kann ich nichts scheiße sehen. Kann man das weg machen, ne? Nichts Abzeichen. Das ist das Abzeichen, der verrät. Abzeichen. Was? Was soll ein Abzeichen? Was für ein Abzeichen, Mann. Was für ein Abzeichen, Mann. Was für ein Abzeichen? Was für ein Abzeichen? Das A. Mann. Ich weiß, dass es A war. Ich weiß, dass es A war. Ich weiß, dass es noch nicht vorbei. Ich weiß nicht dich. Ich bin der einzigste, der von uns lebt. Nein, der hat mit mir geredet. Übers Abzeichen, was auch immer er meint. Was für ein Abzeichen nervt denn? Wenn man jemanden töte, dann zählt da irgendwas. A-Zeichen? Was für ein A-Zeichen? Ach, das ist das A-Zeichen. Auf den A-Zeichen? Ach, das ist das A-Zeichen. Ach, das ist das A-Zeichen. Ach, das weiß ich jetzt auch. Ist okay. Zwei sind oben mit- Ich wohnen weg. Oh, genau. Ja, zwei oben mit- Ach, das fühlt mich da noch. Dagger bei B? Ne C Geil Pack ich mir jetzt nen Keks Dagger Plannon bei Y Taktik 4-3 CPO 4-3 CPO Nice Vond Dagger Annen stop zu schnell besser rüberspringen weiß nicht wie ein Black Ops 2, wo du ein Exo-Handzug hast was vor dir krass da hat man kein Exo-Handzug ja, weiß ich doch nicht sagst du es dann einmal Black Ops gespielt ja, schon falsche Infos bom, 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 bom da kann er einen 360 gemacht am Ende guck mich halt fast in die Bombe, man wenn ich getroffen hätte, wäre ich der Papa gewesen das war doch ein voller Treffer, man was? nein hab einen schon danke mach mal auf, scheiße rechts oben rechts oben links ich hab ihn ja gesehen, aber ich war stuck im Fenster ich war stuck im Fenster, ich konnte mich nicht bewegen und rechts oben war dann noch einer einer auf dem hinteren Balkon hast ihn gesehen einer war hinten beim, beim Exo-Handzug lol ich hab ihn gemessert ich hab ihn gemessert du hast gemessert Lannis das war das jetzt mal an das war das jetzt mal an das war hier einfach hier zu warum war er erlangt wie oft wo du still bist, tötet Julian dann halt nicht Stein ich hab ihn nicht ich lieber ein zweiter oben bitte oh der da war einer von hinten, na Stein und das war ja del die nur noch Julian machts auch ja aber hallo Ich frage ich nur, wo ist der? Wer hatte die Bombe? Wer die Bombe hatte? Ja. Der ist dabei nicht. Ich bin auch noch am Leben. Halt die Klappe. Ja, du weißt es doch. Wieso bin ich in der DDR und er sagt mitgebeide ich? Ja. Was? Natürlich hat er den Spaß. Ach ja, der ist im Gewächshaus, also hinter dem. Spannende Musik. Nein. Ich habe mir schon gedacht, dass du von links kommst. Ich bin wieder rausgehauen in der letzten Runde. Endlich mal. In der letzten Runde rauskommen. Trotzdem habe ich merke, sagst du. Das stimmt ja nicht mal. Ich habe plus 12 sind 18. Ja, okay, hast du halt, merke es. Wird dir gefallen, ja, Leute. Lasst dir Empower zu werden, wenn du da. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.